hallo und herzlich willkommen in diesem video geht es um von der version 11 bzw die vorbereitung von der version 11 ich werde noch ein separates video zu allen features und alle neuerungen machen jetzt ist es aber erst mal zeit dass wir uns anschauen was müsste überhaupt tun um von der version 11 zu updaten bzw was für voraussetzungen braucht ihr und das wichtigste überhaupt ist das bevor ihr in erwägung zieht auf von der version 11 zu gehen ob eure game systems und addon modules kompatibel zu von der version 11 sind letztes jahr gab es ein modul den module compatibility checker das modul ist aber aktuell nicht auf v11 ausgelegt also ihr könnt nicht prüfen ob eure sachen für v11 kompatibel sind ich habe auf dem discord server nachgefragt ob das modul dafür noch bereitgestellt wird bis jetzt hatte ich noch keine antwort zum zeitpunkt der aufnahme wenn ich das zum release des videos bekommen blende ich euch einmal kurz ein ob das modul dafür nutzbar ist und kompatibel wenn nicht muss ich ein kurzes news video nachschmeißen ich zeige euch in diesem video aber jetzt mal kurz was ihr zumindest beim system machen könnt um zu checken ist das ding kompatibel oder nicht ich habe hier jetzt mal alien apg drin das schwarze auge wisst ihr ja schon dnd 5e und hexen zum beispiel und die wollen wir uns einmal anschauen kann ich auf von der version 11 gehen sandbox bilder ist übrigens noch von 9 kann man aber andere systeme nutzen aber kann ich auf version 11 gehen dafür gehe ich auf die foundry vtt.com webseite link wie die ist in der video beschreibung gehe unter systems und modules dort unter games systems jetzt kann man hier die games systems hier durchsuchen leider werden aber auch module mit durchsucht wenn man nach das schwarze auge sucht kriegt man auch alle module angezeigt deshalb nutze ich hier mit steuerung f als tastenkombination die suche die direkt im browser integriert ist damit ich hier direkt auf der seite suchen die sachen finde ich habe jetzt hier das schwarze auge wenn ich jetzt hier einmal diese seite öffne dann wird auf den system seiten ganz unten gezeigt welche versionen verfügbar sind da könnte zum beispiel auch wenn ihr immer noch auf version 9 seit die aktuellste version für version 9 runterladen und das ist die version 10 und wenn hier keine version 11 steht dann habt ihr im moment über diesen weg und den normalen system installer keine möglichkeit eine version 11 zu installieren das könnt ihr und wirken und checken das jetzt noch mal zu hexen ich meine ich weiß was dabei rumkommt aber ich zeige es euch einmal okay hexen finde ich hier gar nicht sehr spannend suche ich doch noch mal hier und hoffe dass ich da was finde buch der regeln official german dass das ist die system seit ok dann haben wir die suche auch mal verwendet und auch hier seht ihr wir haben noch keine version 11 und sobald ihr das seht dann ist erst mal die ansage haltet die füße noch ein bisschen still wahrscheinlich ist noch kein offizieller release für version 11 draußen es kann sein dass es eine entwicklungs- oder testversion gibt dafür könnt ihr am allerbesten auf die auf den discord server kommen von foundry selber ich schmeiße den link auch einmal in die video beschreibung und direkt im system channel fragen oder dort fragen gibt es schon eine version 11 die ich mir installieren kann und wie funktioniert die installation wenn ihr aber ganz normal die stabile den stable release dieses systems also den finalen release v11 release installieren wollte brauchte ich hier eine kompatible version zu v11 und solange das nicht hier steht ich nehme jetzt mal die in die als system vielleicht finde ich da ja auch noch auf die schnelle über die suche das system da ist es das system und auch hier sehen wir wir haben noch keine version für version 11 also das solltet ihr im vorfeld auf jeden fall sicherstellen denn ohne ein system kompatibel zu version 11 lauft ihr nur auf fehler und könnt euch im schlimmsten fall sogar eure komplette welt kaputt machen also das ist das was ihr prüfen müsst um zu können schauen ist meine version kompatibel oder nicht weil ich kann nicht alle 260 systeme im blick haben dsa kann ich euch direkt sagen wir zum release von version 11 sobald die version raus ist offiziell kompatibel sein und eine version enthalten hier ganz normal installieren könnt bei dnd hexen weiß ich zurzeit tatsächlich nicht ich weiß dass die dnd version in arbeit ist aber ich habe nicht verfolgt wie weit diese dnd version ist und die sich hier startet zwar in foundry version 11 aber wie gesagt ich werde euch kein versprechen darüber geben dass eure welt in heile bleiben und alle sachen die ihr in wer in eurem system und eurer welt habt heile bleiben um das große problem ist module ich weiß nicht wie das falsch wie intensiv ihr module installiert aber wir haben mittlerweile 2084 module hier gelistet und es ist ziemlich aufwendig alle module die ihr installiert habt ihr zu checken gibt es eine version 11 oder nicht gerade wenn ihr umsteigt werden module zum teil später oder sehr sehr viel später auf die neue version nachgezogen das hängt ja immer davon ab wann der entwickler dafür zeit hat weil das alles freizeit projekte sind dementsprechend solltet ihr euch die module bei denen ihr sagt die müssen funktionieren für version 11 sonst will ich auf keinen fall hochgehen einmal anschauen ich gehe jetzt mal als beispiel zu compendium folders das ist so ein module von mir was ich unbedingt hochziehen möchte wobei das hier eine besonderheit ist aber ich könnte dann zum beispiel sagen ich will compendium folders haben gehe auch hier auf die module seite und schaue einmal gibt es eine kompatibilität zu v11 compendium folders ist hier nochmal eine besonderheit denn ich weiß nicht inwieweit dieses modul überhaupt für version 11 verfügbar gemacht wird denn diese ganzen funktionen oder viele dieser funktionen aus dem modul werden direkt ins hauptsystem von foundry übernommen also das hier könnte nie kompatibel werden zu v11 oder es wird kompatibel gemacht weil noch ein paar funktionen aus dem modul direkt in foundry fehlen und dieses modul dann nur noch diese letzte lücke schließt aber wie gesagt das weiß ich nicht grundsätzlich müsstet ihr aber sagen wenn ihr sagt ihr wollt da ist so nice unbedingt haben schaut hier einmal kurz in der suche nach ich komme kurz auch hier finde ich so schlecht funktioniert die suche gar nicht die war schon mal schlimmer also ihr könnt hier gerne oben anscheinend die suche verwenden so schlimm ist sie nicht wie ich dachte genau da ist so nice kann man einmal nachschauen wenn ihr das unbedingt in v11 haben wollt ob es kompatibel ist oder nicht nur weil es nicht kompatibel ist bei einem modul heißt es nicht dass es nicht läuft version 11 wurde entwickelt mit dem anspruch deutlich weniger kaputt zu machen als vorher trotzdem gibt es keine garantie dass diese version dann läuft grundsätzlich solltet ihr euch einfach mal so ein bisschen umhören ich werde relativ früh umsteigen kann dann auch gewisse erfahrungsberichte geben oder so vielleicht fasse ich das an meinem video zusammen noch habe ich keinen plan nur das wichtigste was ihr unbedingt checken solltet ist das game system wenn das nicht läuft braucht ihr einfach nicht umsteigen so das war die erste prüfung bevor man auf von der version 11 erwägt hoch zu gehen die nächste ist habe ich gerade überhaupt zeit auf version 11 hoch zu gehen ist kann ich es mir in der laufenden kampagne überhaupt leisten sagen wir er seit jetzt kurz nach dem release ihr habt gesehen system ist okay ich brauche gar nicht viele module ich will die features mal ausprobieren ich finde die ganz cool ich will jetzt hochgehen ihr wollt das an dem montag installieren und mittwoch ist eure session in der laufenden kampagne und ihr seid mitten in einem dungeon oder in einem ort und als nächstes kommt ein kampf dann ist es vielleicht nicht der beste moment um hoch zu gehen denn es kann ja immer noch fehler geben immer noch probleme auch in der faunel version selber nur weil sie stabil ist heißt sie nicht dass es komplett bug frei ist auch die version 10 hat einige updates nachgeliefert bekommen und es kann sein dass er von keinem der bugs betroffen gewesen seit ich zum beispiel konnte sehr früh hoch auf von der version 10 und konnte sehr fehlerfrei spielen das ging anderen aber anders und einfach eure spielweisen und die module die ihr nutzt und das wie ihr das system nutzt sehr unterschiedlich sind deshalb schaut für euch selber dass ihr einen punkt findet zwischen zwei kampagnen zwischen zwei abenteuern wo ihr vielleicht auch mit eurer gruppe einfach mal in der technik test session geht die version installiert module aktiviert ein bisschen herumtestet und mit der gruppe einen kampf durchspielt oder 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 damit ihr sicherstellen könnt alles das was ich möchte funktioniert auch und das können benutzen und alles andere gucken wir dann ob es da probleme gibt oder fehler also ganz wichtig wählt den zeitpunkt korrekt an dem ihr hoch geht okay und das nächste was ich gar nicht oft genug sagen kann und was auch auf dem foundry server oft wiederholt wird ist macht ein backup bevor ihr hoch geht denn ohne backup könnt ihr nicht zurück auf von der version 10 spätestens wenn ja eine welt in foundry version 11 gestartet hat beginnt habt beginnt der migrierungsprozess und ihr könnt die welt nicht mehr rückgängig auf von der version 10 ziehen und müsst dann mit warten bis das ganze läuft oder im schlimmsten fall alles neu anlegen das wollt ihr nicht dementsprechend schauen wir uns jetzt einmal zwei methoden zum backup machen an es gibt noch x andere zum beispiel linux server und so weiter ich zeige aber jetzt den standardfall im windows system noch mal kurz wobei ich dazu auch ein video habe was ich ja mal verlinke ich reiße ich hier deshalb kurz an ihr habt ein user data path den findet ihr wenn ihr zum beispiel hier in die konfiguration guckt dann wisst ihr wo euer user data path liegt ich nehme jetzt hier mal kurz einen anderen weil ich den v11 test habe aber das ist der user data path dort drin sind der konflikt data und der logs ordner wollt ihr es euch unkompliziert machen nehmt ihr einfach den konflikt und den data ordner und kopiert euch den komplett zur seite und ihr habt ein backup das reicht ihr müsst es nur kopieren und irgendwo anders auf eine festplatte schieben oder ein usb stick oder was auch immer grundsätzlich geht es mir dabei gar nicht um ein vollwertiges it backup dass man es auf einer separaten festplatte oder bestenfalls im separaten gerät liegen hat wie ein richtiges it backup zu laufen hat wenn man hardware defekt hat kann man immer zurück es geht mir erst mal nur darum dass man die dateien zur seite kopiert und zurück setzen kann wenn etwas schief geht also diese beiden ordner sind es man kann tiefer reingehen um zum beispiel bilder auszusparen die man eigentlich nicht backup muss man kann sich auch nur die welten weg legen und die konflikt geschenken am einfachsten zu merken ist einfach konflikt data weg kopieren zur seite legen und dann erst update ich wechsle mal ganz kurz zu the forge bei the forge gibt es auch die möglichkeit ein backup zu machen es gibt zum einen save points das hängt aber davon ab welches abo ihr habt ihr könnt aber auch einfach sagen export world dann bekommt ihr download datei das ist eine zip datei und damit wird die welt in version 10 zustand exportiert und ihr könnt sie jederzeit importieren wenn ihr zurückgeht auf foundry version 10 und mit dieser welt spielen also hier der einfachste weg und die save points sind natürlich ein vollwertiges backup was allerdings nur einem bestimmten tier in foundry in the forge verwendet werden kann wollte das update wieder einspielen ist es bei the forge so dass ihr hier summon import wizard die zip file anklicken könnt dann sucht die datei die ihr gerade hier heruntergeladen habt raus könnt die ganze welt importieren und ihr habt den das alte backup eingerichtet dafür müsst ihr natürlich foundry bzw fort auf version 10 zurück installieren das ist bei the forge zeige ich euch das später noch wo man die versionen wechselt lokal wäre es wieder ein deinstallieren und danach herunterladen hier ist es herunterladen der alten version also ihr deinstalliert foundry version 11 installiert foundry version 10 und geht in euren user data path löscht den config und den data ordner den ihr da drin habt und kopiert die beiden ordner hier einfach wieder rein und ihr seid komplett auf version 10 also beides ziemlich einfache wege um zurückzukommen zu dem was ihr wollt wollt ihr jetzt von version 11 installieren könnt ihr zum einen über update software gehen das funktioniert aber leider nicht immer grundsätzlich ist es ja so bei euch ist bei software update channel stable eingestellt und sobald von version 11 hier verfügbar ist als stable bekommt ihr hier ein ausrufezeichen und den hinweis dass eine neue version verfügbar ist diese installation funktioniert aber nicht wenn ihr hier bei purchase software licenses als operating system den windows installer genommen habt das heißt ihr habt auf eurem computer eine ganz normale foundry installation als programm denn in dieser installation ist eine komponente drin die für version 11 ein update braucht was nicht klappt wenn ihr hier den foundry internen updater nehmt habt ihr eine node.js installation ich glaube für mac gilt übrigens dasselbe habt ihr aber eine node.js installation dann könnt ihr ganz normal hier über update software auf version 11 gehen ansonsten braucht ihr eine komplette neue installation das bedeutet ihr geht in eure in euren foundry account unter purchase software licenses das findet ihr indem ihr hier auf euren namen klickt und dann purchase licenses anklickt und dort ladet ihr euch dann den version 11 das müsste 11.299 müsste der nächste stable release sein ladet ihr euch hier herunter der installiert eure windows installation installiert eure von installation neu grundsätzlich ist es so dass bei einer neuen installation euer user datapath unangetastet bleibt das heißt ihr habt danach wieder zugriff auf alle eure welten alle eure daten ihr müsst nur einmal schauen ob ihr gegebenenfalls hier in der konfiguration auf den alten fahrt den ihr hattet neu noch mal verweisen müsst ich meine aber nicht bei einer neuen installation ist das glaube ich nicht notwendig das wäre die normale installation wir schauen uns einmal an wie das bei the forge aussieht wollt ihr in the forge die version hochziehen ist es nicht so dass ihr auf die founder webseite müsst um die neue version zu installieren sondern ihr macht es folgendermaßen grundsätzlich kann bei jeder the forge welt die ihr habt ganz unten in diesem config tool ich muss ganz kurz aufpassen ich glaube im kleinsten foundry tier ist es sehr klassisch da ist es in dem foundry setup weil da habt ihr diesen game manager nicht den ich gerade zeige da müsstet ihr vermutlich auch hier über update software gehen beziehungsweise in v10 sieht es halt noch anders aus aber da müsstet ihr darüber gehen da bin ich mir aber nicht gerade nicht ganz sicher da müsst ihr gegebenenfalls im ford discord mal fragen habt ihr aber seid ihr ab dem mittleren tier was ihr dort als abo wählen könnt dann habt ihr diesen game manager und habt dort unten pro welt foundry server version und erstmal nimmt er die default version default version bedeutet er nimmt das was ihr grundsätzlich eingestellt habt ihr könnt aber auch pro welt sagen ich will jetzt nur diese welt auf version 11 hochziehen der nachteil dabei ist folgender wir haben als default version version 10 eingestellt und wir ziehen jetzt diese version auf version 11 hoch der bazaar mit den modulen schaut aber immer welche module ihr euch anbietet nach der default version das heißt wir kriegen module nicht auf version 11 nur weil wir diese eine welt auf version 11 hochziehen ihr müsstet also die welt testen komplett ohne module und habt dann auch wie gesagt keine version 11 module deshalb wäre das nur etwas um eine einzige welt zu testen wenn man zum beispiel sagt ich glaube hier gibt es irgendwo clown world man kann sich seine kampagnen welt klonen und erst mal schauen ist das system überhaupt funktionabel will ich das überhaupt diesen wechsel dann klont man sich seine welt geht hier oben unter foundry games configuration in die passende welt die man dann hochziehen möchte also die geklonte welt und kann hier unten dann sagen foundry version 11 auch dann noch eine kleine anmerkung die freigabe für foundry version 11 in the forge ist meistens um einiges später als in foundry selber also meistens braucht sofort zum anpassen ein zwei wochen bevor die v11 überhaupt hier freigegeben wird als version und die default version ist auch grundsätzlich nicht sofort umgestellt und ich zeige euch wo ihr das macht also wie gesagt pro welt könnt ihr es hier auswählen dann könnt ihr sagen override wie die version und es wird hier die version 11 11 geben oder aber jetzt muss ich ganz kurz gucken irgendwo hier rechts hier ist der game manager im game manager findet ihr hier die default foundry version for your games hier ist im moment ford recommended eingestellt dann kriegt ihr auch foundry version 11 erst angeboten nicht nur wenn du ford es frei gibt sondern auch wenn du ford sagt okay jetzt ist v11 von uns auch empfohlen und wird für die welten umgesetzt wollt ihr jetzt eure welt auf version 10 einfrieren weil ihr noch gar nicht wechseln wollt habt ihr hier unten die möglichkeit einfach auf version 10 stable zu gehen im game manager und dann wird auch selbst wenn du fort sagt okay jetzt ist version 11 safe jetzt werden wir sie als recommended einstellen wird trotzdem bei euch noch nicht geupdatet dann müsst ihr jetzt hier auf version 10 stable gehen wenn ihr auf die letzte version gehen wollte die letzte foundry und müsst ihr das hier auswählen und wenn alle eure welten sobald forges frei gibt auf version 11 hier hochgezogen und anhand der version die ich hier im game manager einstellt bekommt ihr auch die module im bazar angeboten und geupdatet das heißt bei the forge müsste hier im game manager auf version 11 hochgehen und auch hier gilt nicht ohne backup habt ihr dann foundry version 11 installiert und startet es das erste mal ist das erste was ihr machen müsst in die game systems gehen und auf update all klicken damit die systeme auf die version 11 geupdatet werden und bei den addon modules genau dasselbe einmal auf update all und die updates durchspielen und durchklicken damit ihr auch die aktuellsten updates drin habt und die module die schon 11 kompatibel sind mit dem update versorgt es kann weiterhin module geben die hier mit einer warnung stehen dass die letzte verifizierte version für version 10 freigegeben ist das muss nichts heißen module entwickler die jetzt wissen dass ihr module unter version 11 läuft werden vielleicht auch erstmal gar kein update bereitstellen um sich die arbeit zu sparen ihr müsst wirklich austesten ob diese module laufen oder nicht ich würde aber wirklich bei den modulen die unbedingt braucht erstmal gucken sind die kompatibel zu version 11 bevor ich das update durchspiele oder nicht da ihr hier vor ein backup gemacht habt ist es auch kein problem wenn ihr während des testens merkt scheiße jetzt läuft das module überhaupt nicht und ich weiß nicht ich will damit will ohne dieses module nicht spielen dann könnt ihr ja jederzeit zurückgehen auf und version 10 wenn ihr das update installiert habt und ihr startet eine eurer welten das erste mal bekommt ihr hier die world data migration und das hier ist der point of no return für diese welt wenn ihr jetzt von dieser welt kein backup habt und ihr sagt beginn mit migration dann ist die welt danach auf version 11 und nicht mehr zur version 10 kompatibel deshalb dass der backup was so wichtig ist sage jetzt bei beginn migration gehe in die version rein starte das spiel und bin drin was foundry dann auch macht ist folgendes wenn ihr die in der welt vorher ganz viele module aktiv gehabt habt dann deaktiviert foundry alle module die noch nicht version 11 kompatibel sind ihr müsst manuell bei gehen und alle module die hier eine kompatibilitätswarnung haben manuell wieder aktivieren und da kann ich euch nur empfehlen macht das nach nach und nach denn gerade diese module können ja für konflikte sorgen und wenn ihr 30 50 80 module keine ahnung wie viele vorher aktiv gehabt habt und ihr geht zu foundry version 11 und aktiviert einfach wieder alle module und es kommt zu fehlern müsst ihr danach einzelne module deaktivieren um diesen fehler eingrenzen zu können dementsprechend macht es wirklich nach und nach und schaut ob es irgendwo zu konflikten oder problemen kommt und zieht langsam die version hoch und das ist auch das was ich damit meinte dass ihr schauen müsst wann habt ihr zeit um die version hochzuziehen weil ihr genau dieses troubleshooting und aktivieren und schauen in der welt läuft noch alles dafür müsst ihr zeit haben und das müsst ihr einfach machen und vielleicht danach sogar eine session mit der runde einlegen in der ihr den ganzen kram testet das wäre es insgesamt zur vorbereitung auf form der version 11 und der installation wie gesagt denkt an das backup das kann man gar nicht oft genug sagen und ansonsten steht v11 fast nichts mehr im weg wenn ihr sicher seid dass euer system läuft habt ihr dazu fragen oder anmerkungen schreibt mir wie immer in die kommentare und ansonsten sehen und haben uns beim nächsten mal ciao